100 gebräuchliche deutsche Phrasen Entschuldigen Sie bitte. Ich habe eine Frage. Können Sie mir helfen? Sprechen Sie Englisch? Ich spreche ein wenig Deutsch. Einen Moment, bitte. Nein, danke. Ja, bitte. Oh, gerne. Vielen Dank. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Abend. Hallo. Moin, Moin Servus Guten Tag, Frau Herr Ich heiße Wie heißen Sie? Ich komme aus Woher kommen Sie? Freut mich, Sie kennen zu lernen. Ich bin zum ersten Mal hier. Ich bleibe für Wie lange bleiben Sie? Was sind Ihre Hobbys? Was machen Sie heute noch? Ich gehe heute noch Haben Sie Lust mitzugehen? Haben Sie Lust mitzugehen? Wo finde ich? Wo ist Ich habe mich verlaufen Ich habe mich verfahren Wann fährt? Wie viel kostet? Ich bin unterwegs Ich bin gleich da Ich hätte gerne Ich bin Investigate Ich habe mich verfallen Ich bin aber vorbei Ich habe mich verfahren Ich habe mich verfahren Ich bingal Ich habe mich verfahren Das ist alles, danke. Das Essen schmeckt lecker. Prost! Die Rechnung, bitte. Ich möchte bitte zahlen. Kann ich mit EC-Karte Kreditkarte zahlen? Nein? Stimmt so. Ja, nein. Ich bin einverstanden. Ich bin einverstanden. Wie geht es lernen? Wie geht's? Wie geht's? Bitte. Sehr gut, danke. Bis bald. Auf Wiedersehen. Ich lerne Deutsch. Langsamer, bitte. Können Sie das bitte wiederholen? Was bedeutet? Was ist das? Der Montag. Der Dienstag. Der Mittwoch. Der Donnerstag. Der Freitag. Der Samstag. Der Sonntag. Der Tag. Die Woche. Heute. Morgen. gestern willkommen wie komme ich dorthin bis zum nächsten mal lass uns ein bisschen spaß haben wiederholen sie bitte tschüss bitteschön danke wie alt bist du ich bin jahre alt keine sorge ich möchte kaufen es tut mir leid wo ist der bahnhof nein hungrig bin ich nicht können sie mir helfen freut mich zu hören alles gute zum geburtstag mach's gut einen schönen tag noch schönes wochenende ich brauche eine auskunft ich brauche hilfe bis bald schmerzen ich brauche Untertitelung des ZDF, 2020